Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Metal. Vier Sticker-Tüten gegen vier Sticker-Tüten. Und jetzt geht es los. Fangen wir mit der rechten Seite an. Konzert ist die Maria, wollte ich mal auszutun. Ulriches, Larsen, Zipperrutsch. Und da würde ich sagen, die Maria. Ja. Und der Fall ist das nächste Stück. Sehr toll. Der Finnski. Wintercheck. 1-0 für die Seite. Zweitens. Lieber Gründchen. Weil Trev hier schinten. Zweite Standardsituation in Ingolstadt und campus. Und natürlich haben wir hier Christian Trev hier. von Real, Augusto, und Moses, Victor, Victor Moses würde ich sagen, Victor Moses, und dann wegschrauben und Dül, die beiden die Spitzenkunden Fußball, ein hochintensiven Spitzenspiel Anaguchi verzögert ihr stark in den Rückblick, und dann kann der Dül hat flaggen, wo Dül hat, Gute Eierschlafen. Ich würde sagen, Bromus ist stärker als Bromus 1-3-1, noch 2 Tüten auf jeder Seite. Bromus 1-3-1, noch 2 Tüten, Altrucks 1-3, noch 3 Tüten, noch 3 Tüten. ... und es ist gleiche Spiel für Robles Boros und die Saison-Treffer und jetzt hören Sie mal rein. Kurios, vor 10 Jahren siebt in Düsseldorf 3-1 gegen Elb. Großsala, das ist schon gewonnen. Christensen, Fernandes, Rosovic und Sergio Romero. Wie gesagt, die geht in Führung, ich kann aber leider nicht mehr aufpassen. Aber wie gesagt, sind ja mal die letzten 8 Uhr aus dem Display. Wir können vielleicht noch ein Klicks aus dem Akkult. Aber schön, sehr schön. Runsen, Alisson, Idin, Großberg, Bayride und Portugal nur vor allem. Manche Trudeforsberg, Kammer und Schlagen. 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 Tschüssi, Tschüssi, Tschüssi!